Ja meine Team, Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Fortnite Battle Royale bei mir, eurem GamerKing Leute, beste Leben Leute, Season 6 ist draußen, wir werden jetzt gleich ein bisschen suchten, sprich, wir werden versuchen, diesen Skin in der Mitte zu leveln, weil er ist schon extrem geil, ich finde den echt extrem geil, wie der an sich aussieht und so, wir werden auch her wahrscheinlich auch mit einem Kollegen zocken, den ich so zu nehmen werde, dass er nicht mehr laufen kann, nein Spaß, Leute, Spaß beiseite, wir zocken gleich wahrscheinlich noch, ich zocke gleich, oh, wahrscheinlich gleich noch einen Kollegen, mit dem wir gleich zocken können, ähm, ja, so, irgendwie, was muss ich machen, So, Leute Let's go Mario So, wieder erstmal in Ritt in die Welt reingehen Wenn ihr noch nicht gesehen habt, was alles Neues sind, dann kommt, geht auf meinen letzten Stream gestern, gestern hab ich nämlich gestreamt, auch, könnt ihr gerne gucken, das war der beste Stream EU-West, Leute So, Ritt in die Welt reingehen So, Ritt in die Welt 15 Regentropfen, boah, halt kein Mensch, aber Na, wo ist denn die Metall? Ach, Lass. So, let's go, wieder raus hier So, let's go, wieder raus hier Und einfach mal Bell Royale spielen, bei Bell Royale ist wesentlich besser Ach, sollen wir den besten auf festen Oktoberfest Was ist denn das? Ich hab schon mal Wieden vor, wenn wir noch ein Fehler suchen Ach, scheiße Ludwig 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 Der Ludwig Sexy Schräglage nochmal hier Auch ganz schlecht Stabiler Flug Aber immer glücklich Das find ich geil Buddiva Ah, hier ist die Musik Ah, gut, gut Warte, mal erst die Musik kriege ich das Den Dud Dud Den Guck, jetzt mal, ob das z Kinder und ich sagen Let's go ich gucke nicht es ist möbeln können und viele keine Ahnung für mich vermöbeln können lasst zusammen zocken ja okay wenn du darfst und wenn du bock hast können wir gerne nächste und dann sagt mich zocken ich will mich einfach mal einmal kurz ein dann kann wir gerne zusammen spielen also sagt wie du heißt und dann suche ich eben oder schreibt mal rein ob ich vielleicht musiker machen soll nebenbei im stream siehst du ja gerade um links wenn ich stoppe im stream und dann ich kenne noch immer durch schreibt in den städte sind sein kommt kompliziert muss aber halt über epic games Lass es machen... es ist schon bewusst lez mietz go let's go Mario ich ne Zeit nicht mehr so viel Kokain , ,, wha den heim, bist Musik an Ach ne geht gar nicht schade igle wieder zu viel Kokain mein Kollege von mir hat gesagt, hier ist irgendwie so ein... Ach, hier ist das, okay. Ehe runtertanzen. Und jetzt go. Da ich hilfst ein Tilted mit Ansage. Oh, wenn es ein Tilted ist, ist ja egal. Direkte Tactical. Okay. Einmal hast du mich gefunden oder hast du mich nicht gefunden? Okay. Okay. Oke. Nein, ach fuck ey, ja habe ich, ich habe nichts bekommen. Jo, was, was, irgendwie am Leben, ja habe ich, sag mir wie du, oder ne, du hast ja Killer Paul irgendwas, ne, heißt du doch, Killer Paul 10 oder so einen Scheiß, heißt du doch, aber, ich warte mal, ich schreibe am dran, wie du heißt, ich habe jetzt Killer Paul 10, ne, wie heißt du, Killer Paul 08, Ich habe deine Geschichte, ich muss halt auf Epic und dann hier gucken, ganz easy. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, aber. Wer bist du denn? Justus, der hat gerade ein Video am Laufen. Ja. Komm, lass uns spielen, lass uns spielen wie das spielen, komm. Nein. Doch bitte. Stopp. Nein. Doch bitte. Lass mal spielen wie das. Gleich, okay, wir spielen einmal so. Ja, okay. Okay. Ich fass, beende mal dein Video, ich fass das, wenn man mich da hört. Halt dich. Halt dich. Ja, Junge, dann mach dich doch aus. Okay, warte, ne, ich mach, ich mach, warte. Ich schalte dich jetzt stumm. So. 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 Sehr jung, noch nicht. Überraschungstest. Mach mal leise. Mach mal ein bisschen leiser. Hallo. Mach leise. Jo, dieses Mädchen nirgst, Alter. Din, din, din. Ich bin mir krank hier von dir an. Na, gönn dir. Like macht. Jo, du, irgendjemand von euch hat verborgene Verziehung der Spielsuche aktiviert. Was? Du, irgendjemand von euch hat verborgene Verziehung der Spielsuche aktiviert. Was? Ich nicht. Ach, ihr fickt so alle mein Kopf, Digga, ne. Mit allen, denen ich spiele, haben diese Scheiße. Was macht ihr denn immer mit euren... Ich bin einfach nur Kokain. Der nächste Tag ein Mensch folgen, der über 2496 Followers hat. Ja, direkt. Ha, endlich. Ich will wieder Kokain. Bum, 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 bum. Mach mal ein bisschen leiser. Mach mal den Schwestern aus. Das nerven. Das Kind ist ja richtig wie Kacke. Mit dem Vater viels. Kann man ihn auch spielen. Kann man ihn auch spielen. Kann man ihn auch spielen? Kann man ihn auch spielen, ne. Du bist nicht gut. aber doch nicht du wirst nicht mehr so und gibt mir ein von den ländern ist da und genau ich führe du da immer ja emily ist immer noch auf mich was auf dich ist immer noch immer noch auf eifersüchtig auf mich ich spiele ich zogst auf switch ich kann mich an ich kann mich an ich ich komme easy und wir haben ja noch ein teammate okay ich bin nicht angekommen ich habe keine waffen gar nichts vor Ort mit dem Kitzel auch herzlichen Glückwunsch kann man auch holz kriegen oha da kriegst du voll viel ein Stück ein wir haben bis zu dein Alter wenn jemand die Mission machen muss auch Junge ich treff nichts hab ein hab ein ich bin aporetiger ich bin so gut ich bin angeschossen ah ich lecke ich lecke wer ist das hallo ihr müsst mir vielleicht mal helfen oh das ist so verwirrend wenn man hier drin ist ach da hallo hallo help me ey ich leute ich leu nein er kriegt mich auch noch ich brauch Hilfe hallo woher macht er gar nicht sein hallo 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 ich brauch Hilfe ja ich komm doch ja Junge Mann ich bin tot immer 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 ja warte kommst du mir neben mir ist einfach eine Black Scar ja 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 klar kannst du mitspielen also kannst du auch mitspielen Emma holt mich mir jetzt Emma holt mich hoch Emma oder klar kannst du mitspielen Emma jetzt komm komm mach 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 vögel mich sauber klar kannst du mitspielen warte ich hab medikiert warte ich hab doch ich hab doch ich hab mich hoch ich hab mich hoch Emma hat jemand eine Waffe hat jemand eine Waffe für mich ja ich Emma hallo ich bin in dem Auto ach da hi ich hab auch eine Waffe hat jemand eine Waffe ähm ja warte ich bin tot ui nein ich bin tot warte ich hab eine Waffe ja ich bin tot ey wir spielen jetzt gleich äh äh ja ein ich hab mich du kannst reinkommen halt einfach Easy Briegel ist crazy easy peasy Komm dann, spiel mit deinem, dann lass dein Bruder spielen. Hallo? Hi. Wie heißt du? Ich bin der Ahmet. Ich lass mal lecken, Ahmet. Aster Leckum. Lass mal spiel, wie du so kommst. Lass mal spiel, wie du so kommst. Ich darf's nicht. Nein, wir machen an Noten ein bisschen, nur nicht, keine Stunde. Trotzdem, ich darf nicht. Ich muss nur eine Runde. Ah, das ist klar. Ich bin Kokain. Ich gebe auch recht, der darf nur eine Runde, der. Äh, ja, Raik, also wenn... Warte mal, ich kann dir mal eben eine Feuchtansfrage schicken. Einer von denen. So, einer von denen heißt noch, glaub ich, keine Ahnung, wie der heißt. Genau, er hat einfach keine Spiele. Doch, er hat Spieler. Ja, doch, du bist dann, glaub ich. Das ist klar. Der ist klar, das ist klar. Gez Dann schuze. Du bist auf dem ZDF. Nöger? Ja, Raik, bist du denn jetzt noch da oder nicht, weil wenn du nicht da bist, dann... So, wird weitergesucht, gut. So, wie sie jetzt die Erste werden, Leute, das ist hier jeden, jeden Spot, das versteckt, Leute, merkt euch das, aber ich gehe jetzt nach Tindit, um die Dings, um die Mission zu machen, aber Leute, das ist wirklich hier, das beste Versteck hier, merkt euch das hier. Also, wenn ihr mal eine passivende Runde haben wollt, dann geht ihr mal da hin, das ist wirklich das Beste. So, let's go. Kann ich nicht mitspielen? Ja, klar, Bruder, du konntest immer mitspielen, immer noch. Oh, wie der Halbfrankreich kommt schon wieder. Ich habe mich so erschrocken gerade. Das kommt nicht. Okay. Okay. Das war's. Ich kotze gleich, ey. Macht keinen Spaß mehr. Vor allem macht einfach echt keinen Spaß mehr. Ach, Mann, Leute. Na, seid jetzt Freunde. So, von denen ist mein Freund. So, direkt einladen. Moin. Hallo? Bruder, kannst du nicht sprechen, oder was? Was ist das Alarm, Bruder? Hallo? Kollege. Die Leute, das regt mich immer so auf, ne? Wenn man einfach nicht sprechen kann. Hallo? Hallo? Hi. Na? Alles gut? Ja. Komm, da kann ich das spielen. Ja. Let's go. Ah, Bruder, DJ. DJ Schneerschuh. Hast du bei dir das noch gekauft? Doch, doch, klar. Ich muss aber gleich noch, ähm... hier diese Missionen machen. Naja, ich kann das spielen. Boah, die Dings da. Boah, ich will diese, äh, Dings, die, all diese OG Musik, ne? Ich find die so geil. Okay, Digga, let's go. Alter, ist jetzt mein erstes Mal Runde heute. Ja, mein ist schon... mehr, aber... Okay, Lips, go, lass mal Lazy. Lass mal. Alter, ich bin jetzt in der Laterne. Ach, ja, ja, ja. Die hab ich dann alle, wenn wir hier drauf sind. Gönn ihr denn? Ja, ich muss erst mal... Ich bin so einer, so nach und nach, muss ich das machen. Ein Kollege von mir hat von Jesus getroffen in Dortmund. Oh, ich muss hier hin, da, so diese Laternen, da... Ja, ja, ich weiß, wie es ist. Dann können wir mal gucken, ob wir uns, ob ich dann direkt sterbe oder ob ich das überlebe. Ich renne dann nach hier hinten. Oh, da ist nämlich so ein kleines Haus. Ich bin mal hier im dritten Fernseher. Ach so, hier ist auch eine Kiste, hier ist auch eine Kiste. Jo, ein Jagdgewer, Digga. Loll? Da hinten ist ein Haus? Äh, so ein Diesloch. Ja, da sind drei Kisten drin, voll Lull. Lull. Ich habe sechs Granaten, keine Waffen. Ich habe auch nur... Komm herr, ich kann hier vielleicht gleich auch die Dings eingeben. Wie viele Kisten sind drin? Weiß ich nicht. Ich muss meine Tür zumachen. Ach so, wie ist das? Nee. Hey, bei mir ist nicht eine einzige Kiste drin. Dankeschön, Dase. Ja. Haha. Hm. Als ob einfach da keine Kiste drin ist, der gar belastend. Da sind eigentlich drei Böker. Also ein Duo Team habe ich noch. Ja. Ach fuck, Junge. Was ist das? Ja, Luke. Ja, den von dem Krieger aufschlangen könnte ich auch was machen. Ich treffe nichts, Digga. Das ist eine blaue Nutzung. Komm, hier. Hier vorne, hier vorne. Ja, blau. Er ist unser Kiste, Auto. Junge, er ist nicht wach... Was ist mit meinem Scheiß-Aim los, Digga? Mann, Junge. Er gibt aber auch mehr. Ja, Digga. 98 HP. Und ich habe diesen... Ach, fuck. Ich habe dieser... Ich habe die... Ach, Mann. Das ist eine Straßenbeleuchtung. So, auch nach Riddle Row. Warte mal, ich mache mal eben eine Partie, ne, damit wir... Warte... So. Rettet hier. Diese Musik, diese OG-Musik, die habe ich immer, die immer, ich schwöre immer, aber auch in der Lobby war die ja auch. Die war in der Lobby auch immer, wenn du da in der Lobby warst und dann auf Bereich geklickt, immer, die war immer diese Musik. Diese alte, ne? Ja. Ja, diese OG. Ja, ja. Ich finde die voll geil. Ja, die ist auch geil. Äh, nächste war Riddle Row. Ja. Hast du diese Sichelschläger? Nee. Gönn dir. Ich warte die ganze Zeit auf einem Xbox-Spieler, damit ich den richtig abfucken kann. Ja, warum? Ja, ich will den abfucken. Weil Xbox-Spieler scheiße sind. Weil Xbox-Spieler scheiße sind. Ja, in Ordnung. Ich finde ihn nicht gerade gut. Sorry, Row. Ja, okay, doch, ich weiß, wo das ist. Okay, wir sind wieder da. Ja, was machst du mit deinem Headset-Biller? Es ist da an diesem einen Gitter da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, hier. Drin. Ja. So habe ich jetzt schon drei. Am Fußball fällt es ein, enthiltet es einer. Ja. Da muss ich mal gucken. Auch kleiner Stress. Was? Er hat 10 HP. Er hat 10 HP. Er hat 10 HP. Er hat 10 HP. Dahinter, hinterm Auto, hinterm Auto. Pass auf. Ja, ja, ich weiß. Der hat 10 HP. Sauber. Oh, Frank Feliska. Ach, Mann ey. Okay, aber ich habe ihn keine weiter spielen. Komm, mach weiter. Ich kann auch laufen. Na, alles gut. Mach weiter, alles gut. Jetzt keiner mehr. Ja, dann lass ich töten, dann kriegst du nämlich den EP. Oder bau dich irgendwie so hoch, dass du... Ja, ich baue aber einen Puls. Oh, was für eine Sensi spielst du? Oh, warte. Oh, was für eine Sensi. Warte, guck gleich. Ey, spring schnell, spring schnell. Ja, mein Fiat. Genau, Digga. Mach schnell. Der soll den Kiel nicht bekommen. Ja, warte, entspann dich. Schnell, schnell, Bruder, lauf. Ganz schnell. Ja, sauber. Digga, ich krieg 29 EP. Oh mein Gott, Digga. So, da hätt ich eine. Wo ist das nächste? Äh, Fußballfeld ist noch eins. Bei Tilted ist noch eins. Das sind die Ballwäsche. Ja, stimmt. Tilted, ja. Lass mal noch Tilted jetzt. Jo. Bei Pleasant Park ist noch eins. Bei... Junk Drunks? Nee, gar nicht. Keine Ahme. Na lass mal, lass mal jetzt dann Tilted. Jo. 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 Ja um heuen Digger Du musst das Auto von deinem Vater raum machen Ja das ist von innen Also das ist von innen halt Weil es kommen noch welche mit und so Das ist besser Guck mal du weißt es ganz genau Digger Hier irgendwo ist das ja Mein Junge Das Team ist Gotham Hast du schon nen Z-Code bei der 90? Nee noch nicht Boah geil da kriegst du so nen So nen Single Single Gleiter mit soem Ähm Mit soem Spinnnetz draus Null Neun Gebäude alles aber nicht Na ja Bruder so weiter Ja moin das war komplett Hab ich mir jetzt auch tot Ja Puh 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 Was ist mit mir denn los? Fuck die falsche Waffe, nein, ach man, aber da habe ich jetzt auch. Das Fußballfeld wäre noch. Ja, so kapitsch. Aber schade, dass es nur so wenige Dings gibt. So wenige Musik Dings. Ja. Wäre geil, wenn es irgendwie mehr oder von jedem, oder irgendwie so ein Remix von Fortnite, das wäre geil. Also, Tilted Fußballfeld bei Greasy ist noch eins. Ja, ja, ich gehe zu diesem Fußballfeld wie ich jetzt. Ja, und das bei Tilted Daumen? Ja. Okay, easy. Lass uns versuchen irgendwie durchzuspielen, dass wir möglichst viel LP bekommen. Ja. Ja. Ja, du kannst ja schon mal lupen gehen und dann... Was bin ich so hoch, Alter? Oh, ich bin immer so... Das Ding ist hier. Oh, genau da, wo ich gerade bin. Was ist das? Was ist das? Ach so, ja. Ja, tut mir leid, aber der war jetzt da und hab ich gedacht. Kannst du... Ja. Ja, tut mir leid, aber der war jetzt da und hab ich gedacht. Kannst du... Ja. Ja, tut mir leid, aber der war jetzt da und hab ich gedacht. Kannst du... Ja, tut mir leid, aber du kannst du noch mal nehmen kurz? Ja, fuck! Ich schmeiß diese Scheiß-Controller gleich gegen die Wand. Ja, der hat nur ne Pistel. Wo ist der? Oh! Wo ist der unten drin? Skysko, geh doch rein, Junge! Komm mal, mal hin, bisschen, Alter! Was für mich bist du, Alter? Auf Ehre für mich schon. Ja... Hu, ha, ha, ha. Warte, ich such's sein Maid, der muss auch hier irgendwo gelanget sein und dran. Ah, der ist weg wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich in... Timbuktu. warte ich baue mich wieder hoch ja kein brauch weil ich gar nicht durchspielst weil ich es war so mein eis es ist so gleich nicht so schön mal durch weil ich kann so jetzt nicht warum hast du in einer von den genannt aber die man blau-weiß er kann ja nicht irgendwo ein lama sein ich brauche einen lama ich habe gerade mein headset gefickt bist du noch da? ja wie lang spielst du schon vor mir? bei season 3 ich bin aber trotzdem noch schlecht wie ein Stück scheiße ja es geht aber ich bin ja auch nicht der beste in dieser den nation das ist einfach übungen oh denn ich frage mich ist er jetzt wirklich ein nub oder tut der andere nur so? wo ist der? wo ist der? unter dir? unter dir unter dir unter dir durch wo ist der? hol ich weiß aber immer noch nicht wo das ist blöder ja klar weiß im Fortnite bin ich zwar kacke, aber wenn ich eins kann, dann ist das Bauen. Lass mal das Spielwiese. Können wir. Stellung. Ja, boah. Achso, ich bin der. Ja, moin, Digga. Ein Rettiti. Guck mal, das ist der Beweis, dass ich diesen 1, 2 schon war. Was denn? Ich hab grad nicht geguckt. Ponyrittsch und äh Wurm. Achso, ja. Ja. Titel? Jo. So. Sag mal, 1 gegen 1 machen oder? Komm, komm, 1 gegen 1. Komm, 1 gegen 1. Komm, 1 gegen 1. Bei uns in der Schule immer so. Sagen wir so, komm 1 gegen 1, aber so anleit. Es weiß mir, imhang mit mir zu sim können. Oh. Ich bin gespannt. Erst fand ich die Scar voll, ähm, nicht mehr selten. Also, die hab ich voll oft gefunden, aber jetzt ist sie irgendwie voll selten wieder geworden. Ja, ja. Ich bin immer so gewöhnt, alle Sachen trotzdem abzubauen, obwohl ich jetzt drei Full Roads bin. Ja, das hatte ich gerade auch. So, Gebäude soll mal direkt voll abbauen, direkt. Geht's direkt los, oder? Ja, mir egal, also von mir aus könnte's losgehen. Okay. So, ich bin jetzt fertig. Ohne runterschießen, ohne Loot, ne? Ja, ohne Looten. Ja, also runterschießen ist mir egal, aber ohne Looten. Oh, du bist ja... Ja, ich hab' gesagt, wenn ich eins kann, dann ist das gebauen, aber mehr nicht. Ja, bau doch. Ja, so. Was ist los, Bruder? Joho! Einer Hilt, Digga! Einer Hilt! Nein! Haha! So geil, Digga! Guck mal, ich hab' hier! Oh, fuck, Alter! Ey, ich hab' voll gefetzingert, Alter! Oh, ich wollte... Ich wollte... Ja, wach! Ja, alles gut. Ich wollte hochkommen und hab' dann 12 Mal bauch. Ja, oh, Digga. Ich hab' einfach so glücklich, dass ich mit der... ... wir mit dem... ... äh, Dings... ... mit der M16 so gedrückt habe. Tch! Hä, haben die nicht wie Fernzünderladungen rausgepatcht? Die warte? Die Fernzünderladungen? Äh, nö. Weil hier noch welche sind? Warte mal eben. Äh, Lukas, ich muss auch... ... ich esse eben. Vielleicht nachher noch, aber ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, okay. Tschüss. Tschau. Ja, was ist das, Leute? Ich kann's immer noch nicht. Das Krokodilt in der Nacht erschafft. Das Krokodilt in der Nacht erschafft. Das Krokodilt in der Nachbarschaft. Was? Was ist das? Das Krokodilt in der Nachbarschaft. Das Koko ist jetzt in der Nachbarschaft. Johann, 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 Bratina, ich hab halt, wo da ich, nein, ich bin so dumm. Nicht erreichbar, laber doch, kein Chisel mehr zu tun, wir sind in der Motherfuck ein bisschen. Ah, er ist online. Nein. Ich hab den jetzt hier ein, Leute. Den Schami-Pand. Das Koko, er steilt in der Nachbarschaft. Ich weiß, er schnappst du. Das Koko, 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 er steilt in der Nachbarschaft. Von, der sagt er ist in der paus, doch das Koko, eccentric aus von westen ist auch ein, ne. Scheiße, Scheiße, ist da. H-Baby, hey! Leute, ich werde gerade angerufen. H-Baby. Warte mal, Leute, ich muss hier drangehen. Hallo? Hi! Jo, ich wollte fragen, ob du mit mir zockst. Oh, so... Oh, k- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt in der nachtbar schafft Der gast kein headset oder was Ja du musst dich vielleicht Muten vielleicht hast du dich stumm gestellt Guck mal auf dem gucken auf dem hätte ich schlecht gemütet hast Ich hör dich ich hör dich Ja tschüss 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 Guten Morgen Ich nehme mir so deine Ehre ich was dir Degar Lein wenn mir legt das so rum Was? Wenn mir legt das so rum Ok jetzt geh ich wieder Bei mir auch Degar Ehre wird genau abgeschüttet Ich nehm alles live auf Degar ne Also du bist Richard Mauer Stegar Och nö Degar Das war's mit mir komplett Degar Warte Ja ja Oder oder wir gehen äh paradise mir ist egal Ich gehe äh blutleck Du kannst du chillt Nein du kannst 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 chillt Ja ja ich geh chillt Ich wech zum Team Ja mach das Okay Oh Boah Oh Endlich mal ein einst in einst Degar Ist so Du spielst also du spielst jetzt auf PC Nein Das spielst du jetzt auf PC Nein Das spielst du jetzt auf PC Das spielst du jetzt auf PS4 Ja Oh ok Weil du so Noobs geht Alter Wie das bei Melek Bruder Ja du hast aber nur noch Aber ich bin in Ich sagte mal 1 Bruder ne Du bist tot Degar Ich habe die so scheiße eingespielt Ich bin so schlecht gemacht ne Nein 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 das war Spaß aber Degar ich bin so schlecht ne Ich hab grad ein paar Runden gespielt der Kann ich mal ins Film gucken ich bin so schlecht Was denkst du denn Degar Ich hab jetzt grad erst vor 2. Sekunden ungefähr angefangen zu spielen Ich hab direkt dich angerufen ich hab jetzt grad gar keine Runde gespielt Ich muss mir erstmal wieder warm machen Also kann ich gar nicht mal ins Film abschmieren weil man hinüber schwer ist Mann ich hab egal ich hab mit meinem Film auch wenn ähm lass es dir was Haut rein bis dann und ciao